schön dass ihr da seid wir sind hier nach einem kaputten experiment in einer kaputten einrichtung das letzte mal bis hierher gelaufen besonders vieles nicht passiert ich bin hier angekommen wir gehen ich versuche rauszukommen ich glaube okay ja dann flitzen wir da mal durch mir die pack nee der gute der wollte mit mir ein bier trinken gehen spricht auch nicht mit mir okay gigantisch ist sehr unglaublich dieses alte spiel der absolute hammer wir gucken mal wieder nach oben hey leute hi oh warum haben sie bloß nicht auf mich gehört wir haben versucht sie zu warnen ich hätte nicht gedacht dass ich jemals eine resonanzkaskade sehen würde und schon gar nicht dass ich selbst eine verursachen würde freeman sie leben noch dem himmel sei dank für diesen schutzanzug ich habe angst ihn zu bewegen und alle telefone sind tot sehen sie zu dass sie so schnell wie möglich an die oberfläche kommen und sagen sie irgendjemandem dass wir hier unten festsitzen sie werden mich brauchen um die retina zu aktivieren und auch der rest des teams wird ihnen mit freude helfen da bin ich mir ganz sicher juckt es ihnen nicht auch in den fingern ein paar von diesen blutproben und das mikroskop zu bekommen nur ein paar von diesen blutproben hier liegt überall blut rum diese dinge mein gott ich habe das spiel meine demo gehabt oder so ja wie wärs machst du mal auf ja dann los wir sind 27 jahre alt gordon priman ist 27 wow okay das macht mir schaden kollege bist du jetzt wo ist er hier durch hallo oh gott okay ich glaube ich habe keine waffe lasst mich mal was wir mal hier durch ja gut laser laser haben wir auch um noch mehr laser strahlen haha das brecheisen nice gleich mal den kleinen kleinen miesen hier wo ist er wo war er hier war ja das ging schnell jetzt habe ich nur noch 22 leben wie kann ich mich heilen hab doch vorhin ein medipack aufgesammelt oder nicht ich dachte ich hätte vorhin ein medipack aufgesammelt waffen kategorie graffitti logo taschenlampe benutzen verschiedenes kann man sich irgendwo nach healing heilen taste das sieht nicht so aus gut dann machen wir hier mal weiter da wird mir kann man sehen wann ich dadurch kann ha da pass ich durch nice hahaha oh mein gott da saß einer drin oh shit oh shit sorry keswick moin grüß dich hi hier war jetzt ne leiter ja perfekt ah no 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 oh jetzt wäre ich fast drauf gegangen sicherlich oh nein nein geh weg oh ne waffe nice die geräusche die die machen gigantisch es ist köstlich braucht munition leute ich habe nur noch neuen schuss und kein leben so keine munition für mich anscheinend nicht warum stickt das so habe ich auto aim wahrscheinlich weil hier irgendwie mit controller das halbwegs funktionieren soll üben und reden wenn mir das gefällt ja ich bin am youtube aufnahmen machen ich weiß nicht ob das dann so geschickt ist was zum ok finde ich hier vielleicht noch irgendwo munition mal gucken bisschen mehr munition wäre irgendwie cool naja schon mal perfekt geht nicht auf wie schnell man sich in diesem spiel bewegt ist der absolute wahnsinn also er ja ich man ist die ganze zeit am rennen aber trotzdem es kommt einem so super komme ich hier irgendwie durch ja wahrscheinlich soll ich andersrum die tür ist kaputt mach das loch auf ach schau mal einer an wow ok also ich habe hier irgendwie einen leichten auto aim weiß nicht warum kann ich das abschalten ich muss gucken ob ich das abschalten kann diesen auto aim ach ja hier ok sehr gut brauche ich nicht nein er wird gefressen mach auf ich will dir helfen okay geht es hier geht die tür auf jawohl geht es hier geht die tür auf jawohl jawohl es ist gigantisch großartig ich habe noch zwölf leben das gefällt mir nicht so gut oh midi pack sehr gut ich kenne half life schon sehr lange ich habe es nur nie gespielt und es ist auf der bucket list auf meiner persönlichen bucket list und habe es jetzt mal günstig bekommen auf steam und mir gedacht let's go probieren wir es warte mal Ah, okay Warum kriege ich hier schon wieder Schaden? Achso, oh Ah Oh, hab ich mich erschrocken Die Geräusche 25 Jahre Half-Life Jetzt ist er weg Nice Diese Geräusche sind der absolute Hammer Ich werd da runter müssen Oh, ich hab dir fast eine mitgegeben Ich weigere mich auf, nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen Okay, dann lass ich dich eben dort Da wird das Wasser geflutet Ich denke, man muss sich jetzt beeilen Und auf der anderen Seite hier bin ich rauf Bisschen Luft holen nochmal, da will ich rüber Äh, wo geht's hier? Da Jawohl, haben wir geschafft Richtig gesehen Hallo Oh, nehm ich mit Ey, hallo Upp Was passiert mit euch? Ich hoffe, ihr sterbt da unten Und wartet jetzt nicht da auf mich Die leben noch Geht weg Nee, nee Bleibt ihr mal Alles gut Ich hau ab Wow Ups Gut Oh, hey Ihr könnt mich doch nicht direkt vor diesen Viechern raussetzen Okay Und hier ist das Oh Okay, das geht nicht Ey Das ist voll mies Könnt ihr mal Mich nicht anspringen Aua Ey Stopp Ah, du Du auch hier Ähm Ja, lasst mal Lass mal Lass mal gut sein Ich lauf mal weiter Tschüss Oh, no Oh Und nochmal Das ist mir alles viel zu schnell Ey, das Warum? Voll mies, ey Wow Was ist das? Oh Schild oder so Ah, da unten sind irgendwelche Viecher Äh, okay Okay Und also Ich muss mich dran gewöhnen Dass wenn ich schleichen will Dass ich dann Schiff drücke Ich hätte mal die Waffe aufheben sollen 15 Schuss noch So Und nun Huah Ah, jetzt darf ich hier nicht mehr hoch Oh Ob mir das Spiel bisher gefällt Ja Ja, doch Es ist alt Es ist Sehr alt Äh, an Heilung haben sie nicht gespart Finde ich cool Du hässlicher Mob Du Kann ich hier umstellen Dass ich Dass das andersrum ist Dass ich nicht Dass ich nicht durchgehend renne Ähm Sondern dass ich zum Rennen drücken muss Das wäre gut Gehen Ne Früher war das so, ne Früher war das so Da ist man immer gerannt Es gab unendlich Sprint Und nur wenn man langsamer sein wollte Dann haben sie Oh Alle hop Oh Okay Ja Man hat Air Control Ziemlich gute sogar Nice Kessweg Dankeschön Vielen Dank Ähm Aha Okay Bürokomplex So Das ist Äh Nur für YouTube Danke fürs Einschalten Bis zum Trustee Bis zum Luckily